Was geht Leute, mein Name ist Arnold Fox und heute spielen wir Steam Liner. Ihr wisst, neuerdings bin ich jetzt so auf einem Rätseltrip, wird mal Zeit für was anderes. Aber bevor wir was anderes machen, gehen wir noch einmal in einen Zug. In einen Zug, in dem wir Rätsel lösen. Ich weiß nicht, müssen wir, brauchen wir, sollen wir? Nach dem Intro ist los, bis gleich. Look behind you, look this way. Wir advise you to clear everything at an arm's length, before stepping aboard. Ja, gut passen, squeeze the trigger button on your dominant hand to start. Steam Liner, willkommen. Ein Rätsel spaß im Zug, habe ich auch noch nie gehabt. Äh, nur kurz reingeschaut, ob alles funktioniert. Scheint auch zu funktionieren, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Okay, ich glaube also, Roomscale hat es nicht. Auf dem Kammer auch nicht, aber wir gucken einfach mal. Hat es irgendwen, ne Option? Locomotion of... On. On. Right hand, past, play. Let's do this! Ja, das meinen die mit Locomotion. Na gut, bleiben wir bei der Teleportation. Passt. Welcome to your first day aboard the Steam Liner. As you may have noticed, it is company policy to get rid of everything that is useless. Like your hand. So here is your shiny new. Company is using the purpose hand. So accordingly to the healthcare committee, we are now obliged to do a battery of tests, to see if everything went well with the operation and blah, 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 all a bunch of nonsense. Blah, blah, blah. Just raise your index finger and click this button. By clicking this button you acknowledge that the Steam Liner Company is not liable for any malfunction or malpractice. Any questions please defer to our non-existent HR. Okay, now I have the RGB to decide. That I didn't want to. But we probably won't get out of here. We will probably not get out of here. We will be able to stop the pressure. I will be able to get a bit clear. But... Okay. Uh... I'm well. This is certainly the first time this happens. Just try to turn them on again. There is a light switch in every carriage next to the door. That's the last one this month. There goes your paycheck. There is no way to change the one in the cabinet right beside you. Right. 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 Und die alle ist ja auch so. Aber ist ja auch so. Ähm. Okay. Da meinte doch. Da rechts. Doch nichts. Hängt auch nichts. Hängt ja gut an. Die ist zu. Ganz viele Glühbirnen. Okay, die sind raus, oder? Na, ich nehme jetzt einfach mal eine. Aha. Noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Glühbirnen. Zeugabaffen. Joke. Nicht geachtet. Start! 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 Ha, 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 ha. I'm kidding. This is a speaker, not a microphone. Wenn ich kett, würde ich dir jetzt einen speziellen Finger zeigen. Okay. Origami. 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 Warten. Zuallererst gucken wir uns alle Schränke durch. Regel Nummer eins. Schränke durchgucken. Alles anschauen, was möglich ist. Alles leer. Zeitverschwendung. Ich versuche, das Spiel in einer Session zu schaffen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wow. What the fuck? Easy. Achso, ich darf nur die grünen, glaube ich, oder? Okay. Soll ich vielleicht den Ganszocker ausholen? Nein, das machen wir jetzt so. Oh. Okay, man darf nicht loslassen. Aber ich dachte schon, was ist das? Das ist ein Zeichen. Irgendwie, oder eine Grillflatte. Nein, es war ein Kartenkreuz. Hm. Ah, eine Minute ist halt schon lang. Ich glaube, das skippen wir ein bisschen nach vorne. Oh, jetzt geht's aber ab. Ich habe nur noch ein Leben. Ich darf nicht daneben treffen. Da kommt auch das Kleine. Ist ja richtig intens hier. Richtiger Stress-Shit hier. Aber ich bin ein fucking Pro, man. Ich habe Fallout 4 mit dem Gunstock. Das kann mir gar nichts. Nice shots. Easy. Okay. Next Level. Nee, machen wir nicht. Oder machen wir? Next Level. Well, I know you just started, but if you kindly would hurry up and clean this room. The guests are coming. You slacker. Okay. Zumindest kommt jetzt nicht wieder ein Ballerspiel, also wieder zum Schießen. Ballern. Hallo. Weiß Papier. Kann man immer gebrauchen. Kann ich nicht anfassen. Da kommt Wasser raus. Blumen gießen. Wächst da vielleicht? Oh ja, da wächst das raus. Ich bin so schlau. Ich mag Pflanzen. Ich mag Pflanzen. So. Okay. Was sollen wir machen? Aufräumen, hieß es. Und das kann man nicht. Mach's da hin. Und hier? Und hier? Und was ist hiermit? Warte, ich beflüchte, was? Das ist doch einfach nur spiegelverkehrt. Na? Ja, gut. Das ist jetzt schreck. Ich kann es auch nicht machen. Ich kann es jetzt auch nicht heben. Also, wir haben hier so ein Bild. Das klappt mir hinten drauf. Dass das gleich aussehen muss. Und jetzt fehlt nur noch der Hut. Der Hut ist hier irgendwo. Und das Origimami. So. Das ist nur noch der Hut. Hut. Oder nimmt man einfach... Ne, den kann man nicht nehmen. Da ist ein Streifen. Sieht man da irgendwas? Pflanzen die Leuchten. Hm. Ja, hä? Wo ist denn der Hut? Hut, Hut, Hut. Hut, Hut. Hut. Das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt überall nachgeschaut. Irgendwo muss ja der Hut sein. Hier ist eigentlich alles drin gewesen. Da ist nichts. Der Hut ist da. Ich habe überall... Das ist zum... Haar raus... Reißen. Ich hatte den Hut die ganze Zeit auf. Ich hoffe so eine Idee, dass ich den Hut aufhabe. Mit alle durcheinander, bitte. Okay. Eine harte Nuss. Wir sind fast im gleichen Raum. A-Roboter. Stringmade. Bei BGRI. Why? Aha. Das da ist irgendwas Wichtiges. Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir erstmal anfangen, hier die Schränke aufzumachen. Regel Nummer eins habe ich ja gesagt. Schränke aufzumachen. Schränke aufzumachen. Alles aufzumachen. Alles nutzen. Was möglich ist. Tadaaa. So. Hm, was ist das da? Kann das was? Nein? Aha. Okay. Okay. Und da müssen wahrscheinlich die Plättchen rein... Ah, nur... Hi. Acht. Glas. Wahrscheinlich um das Ding hier aufzumachen. Okay. Aber hier ist ja auch noch ein Knopf. Machen wir mal rot rein. Wir haben... Was? Achso. Damit habe ich wahrscheinlich dann das Ding aufgemacht. Okay. Try somewhere else. Okay. Und dann gehen wir noch die durch. Nein. Ah, ist das ein... Gefädel, ey. Gibt es das Wort dabei? You must be getting desperate to look here. Close through... 9. 9, 9. Diamond safe lock. Hängen fahren jetzt? So la la. Also wir haben auf jeden Fall einen 9. Und nochmal die rote... Die rote... Eine... Zahl fehlte mir. Ich dachte irgendwie an den... Koffern... Koffern... Ja. 3. Ah, okay. Ein Wort. Hallo. Aha. Ja. Verrücklich. Oh Mann ey. Muss ich mir... Have you read the news? The news? The news, the news, the news, the news. Es fehlt auf jeden Fall irgendwo noch eine Farbe. Die müssen wir auch noch suchen. Da ist nichts. Weil es sind ja vier Ziffern, die jeweils durch vier verschiedene Farben angezeigt werden. Dementsprechend gehe ich davon aus. Da ist uns noch die blaue Farbe fehlt. Wenn wir jetzt von den Farbkreis ausgehen. Aber haben wir ein Wort im Hai? Hm, das macht auch nichts. Wir haben ja hier alle durchgeguckt. Wir können einfach nochmal und gucken unter. Da. Darunter ist auch nichts. Hier war... auch leer. Aha. Das ist eine Fernbedienung, Leute. Ach. Willst du es zu machen? Geht zu. Nein. Okay. Wir müssen uns die Zahlen merken. Sieht man die von hier auch? Ja, okay. Drei. Drei. Keep looking. Sechs. Aber mit welcher Reihenfolge? Ich glaube, die erste Zahl... Neun. 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 Grün müsste die erste sein, weil er fängt ja hier mit Hai an. Warum auch immer. Glas. Ne, Glas. Passt auch nicht. Acht. Ah. Da ist die Farbreihenfolge. Also wenn wir Blau zuerst nehmen. Dann... Ist die erste Zahl... Sechs. 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 Äh... Wo ist... Sechs. Acht. Oh, Mann. Sechs. Acht. Sechs. Äh... Sechs. Acht. Drei. Drei. Joach. Sechs. Acht. Drei. Neun. Sechs. Ein Schlüssel... If you read the newspaper. Lemon. Somewhere in space, something happened. Black saying the title, somewhere in space, something happened. But you will never know. They are proven fact because you are trapped inside this train. Are you ready to leave? Maybe. But first you have to find a way out. Is it easy? Yes, I am. Are you a sinner? Well, you have to be. Okay, important. Are you wondering why these graphics? No, not. Let's go on. Amen. A word with four letters. Vaping tube. I don't know about aviants. Yeah, vaping. The studies are still not sufficient. Boeing, new steam cruiser. The new. From there. Blablabla. Cornelius, new connection. Bladius Cornelius, one of the G9 system. Tough fashion has designed the fast. Autumn winter. Ehm. Auch nix. Branded in Suns new vape tag. Mhm. Wow. Häh, kurz durchgeglitscht. Das kann nicht sein. Wir brauchen ein Wort mit vier Buchstaben. Das könnte West sein. Wir versuchen jetzt auch mal West. Well. Und? Bist du es? Nein. Es geht auf den Sack hier. Weißt du was auch nicht. Vielleicht brauchen wir auch... Ah! Ship! Ship, ship, ship! Easy! Bleibt auch! Hallo, aufwachen! Wir haben es geschafft! Endlich mal! Wir beginnen nicht bis zum nächsten Tag. Ich glaube es ist dein Glück. Also, versuch' nicht mehr Lippen. Green, no hope! Mein Lieblingsbuch. Blue! Bisschen. Skies aren't blue. Kristalle. Haben wir da Zeit oder was? Weil da irgendwas piept? Schraubenzieher. 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 Ja. Schraubenzieher. Wie gleich gesehen. Okay, Dream No Hope, eine Zange, wahrscheinlich die Bücher, The Power of the Black Crystal, Yellow Chaton, Diamond Wiki, Diamond Wiki, Gadget from Tomorrow, How to Blablabla, Skies Aren't Blue, Zero Shades of Red, Green No Hope, will we do Green No Hope? Green No Hope, yeah, Green is no hope. Okay, Green No Hope was it not. Well, try not to lose any more limbs. Okay, was hatten wir noch? Green No Hope? Green No Hope is it not. Skies Aren't Blue. Then is it doch Red. Zero Shades of Red. Red! Alter! Oh, that's unusual. Attacks don't usually start until after the third day of work. Guess it's your lucky day then. Well, try not to lose any more limbs. Well, we can only do it. Skies Aren't Blue. Und blau. Oh, that's the Reihenfolge, right? Skies Aren't Blue. Green No Hope? Security measures deactivated. Easy. Easy. Oh, really with time. Okay. Morning. Kann ich nicht lesen. Open here, und da muss irgendwas rein. Nein. Okay. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Irgendwas zum Aufschrauben. Nein. Da ist. Der hilft mir auch nicht. Hm. Wie ein Werkzeug hier. Aber mit dem Werkzeug kann ich nicht anfangen. Da auch nicht. Mal hier was machen. Nein. Nee, geht auch nicht. Das ist nur eine Lampe. Man muss jetzt wieder runterfahren. Da muss irgendwas rein. Nur was? Da ist nichts, was reinpassen könnte. Da ist alles zu groß. Oder geht es erst auf in zwei Minuten dreißig? Da ist es nicht mehr, was für wir nicht anfangen. Da ist es nicht, wenn wir nicht anfangen. Wir sind doch selbst im Raum. Ach, das ist doch kacke. Da hilft nix. Da ist nix. Der Hinter ist nix. Dann warte ich halt ab, was die Zeit dann da bringt am Ende. Also, bis gleich. Und was passiert dann? Fliege ich in die Luft? Geht das Ding endlich auf? Ich weiß es nicht, wir werden es jetzt erfahren. Toll. Ja, was soll ich sagen? So toll war das jetzt auch wieder nicht. Wir haben mal ein bisschen reingeschnuppert. Ich bin jetzt nicht zum Ende gekommen. Aber die Motivation hat mich jetzt auch nicht so weit lange gepackt, dass ich das unbedingt jetzt schaffen wollte. Und cheaten ist jetzt auch nicht gerade so eine Option für mich. Na, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Teilweise witzig, aber irgendwie monoton. Wird Zeit für was Gutes. Bis zum nächsten Mal. Euer Arnold Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.